Silvia Wollny, 57, hat Wahnsinnsneuigkeiten zu verkünden. Am Dienstag machte Didi Wollnys Bekanntheit die tolle Neuigkeit im Netz publik, dass sie wieder Oma wird. Welche ihrer Töchter ein Kind erwartet, gab sie bislang allerdings noch nicht bekannt. Die Fans spekulieren allerdings schon fleißig, welches der Mädels sich wohl über Zuwachs freuen darf. Nun hat Silvia eine weitere Überraschung für ihre Follower parat, sie wird gleich zweimal wieder Großmutter. Auf ihrem Instagram-Account verkündete die 57-Jährige nun die Neuigkeiten. Heute kam die freudige Nachricht, dass ich zweimal Oma werde. Wenn aus Liebe leben wird, dann trägt das Glück einen Namen, schrieb sie zu einem Foto von zwei Babyfüßen. Zusätzlich versah sie das Posting mit den Hashtags Hashtag Familie und Hashtag Liebe. Weitere Informationen gab Silvia jedoch noch nicht preis. Die Fans waren nach Bekanntgabe dieser Nachrichten natürlich total aus dem Häuschen, und drückten ihre Freude auch in der Kommentarspalte unter dem Beitrag aus. Gleich zweimal, das ist ja umso schöner und Glückwunsch. Nochmal Zwillinge oder sind zwei schwanger? Schrieben nur zwei von zahlreichen Usern. Zahm. 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 Zahm.